Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren kurzen News-Ausblick bzw. Rückblick, was ist heute passiert, was steht gerade an. Wir haben ein paar News, auf die es jetzt anzusprechen kommt, auch weil Paul jetzt gerade gesprochen hat oder immer noch spricht. Ich mache das Video jetzt gerade ziemlich zeitnah, was hier abgeht, deswegen werden wir da auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Auch natürlich ganz kurz mal auf den Kryptomarkt gucken und auch auf die Stockmärkte, weil da ein bisschen Bewegung drin ist. Bevor wir starten, trotzdem schon mal Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen und gerne mal unten einen Kommentar schon mal drinnen lassen, einfach um den Algo ein bisschen zu pushen. So, und damit würde ich sagen, wir verlieren gar keine Zeit, wir gehen direkt rein in das Video und zwar gab es heute wieder ein paar ETF-News. Nachdem gestern erst wieder eine kleine Verschiebung war, kommen wir auch mal gleich wieder noch drauf zu sprechen, wurden heute wiederum neue Anträge eingereicht bzw. ergänzende Anträge, verbesserte Anträge. Einerseits natürlich durch BlackRock, BlackRock hat gerade einen aktualisierten Spot ETF eingereicht, der für die SEC wiederum bestimmt ist. Also auch hier, die SEC hat wieder einen neuen Antrag oder einen erneuerten Antrag wieder zur weiteren Verschiebung. Keine Ahnung, ich rechne wie gesagt weiterhin mit Q1, nachdem wir diese Woche die Fake News hatten, rechne ich auch weiterhin nicht damit, dass es jetzt noch bis möglicherweise Dezember genehmig wird. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie gesagt die neuen Einträge sind eingereicht, das heißt neue Fristen wiederum. Und nicht nur BlackRock hat es eingereicht, sondern auch Grayscale hat auch nochmal einen verbesserten Antrag eingereicht hier, nachdem sie nochmal Seite 3 eingereicht haben. Keine Ahnung, was da alles drin steht. Das ist definitiv ein positives Zeichnen, sagte Bloomberg, ETF-Analyst. Ja, schauen wir einfach mal. Wie gesagt, Bullish ist es allgemein, auch wenn man so ein bisschen da die Kommentare durchschaut. Jeder ist Bullish drauf, jeder wartet im Endeffekt nur auf diese spannenden News, dass es wirklich mal wirklich hinkommt. Und währenddessen, während wir die ganze Zeit immer so unseren Fokus auf diesen ganzen ETF-Mist haben, auch wenn es natürlich absolut Bullish ist, müssen wir aber auch mal ein bisschen auf die negativen Dinge, die so im Hintergrund momentan laufen, auch mal ein bisschen in den Blick genommen. Und da habe ich mal ein bisschen den Artikel von CryptoGuru rausgesucht. Digitaler Euro-Vorbereitungsphase für die CBDCs. Und das ist alles, was uns noch bevorsteht in den nächsten Wochen und Monaten. Die EU, beziehungsweise ja, EU möchte es in den nächsten Jahren weiterhin voranbringen. Wir können uns das hier mal ganz kurz durchlesen. Die EZB stellt sich allgemein zugängliche digitale Währung vor, die über beaufsichtigte Intermediäre wie Banken vertrieben wird und ein Höchstmaß an Datenschutz sowie eine sofortige Zahlungsabwicklung bietet. Das sind im Endeffekt CBDCs. Die nächste Phase des digitalen Euro-Projekts. Die Vorbereitungsphase soll am 1. November 2023 beginnen. Wir haben ja mit FedNow schon in den USA auch schon solche Zeichen, dass es im Endeffekt schon losgeht und zunächst zwei Jahre dauern. Dann wären wir wieder so bei dem Jahr 2025, 2026. Wer öfters mal die Livestreams guckt, weiß es ja, dass diese Jahre meiner Meinung nach sehr, sehr entscheidend werden könnten. Nicht nur mit Hinblick auf einen Bitcoin-Bullrun, Krypto-Bullrun, der sich möglicherweise dann 2025 seinem Ende neigt und 2026 dann im Endeffekt wieder komplett verpufft. Und würde perfekt wiederum zu dem Start von CBDCs passen. Nicht nur in der EU, sondern auch in den USA. Und wenn, dann wird meiner Meinung nach das sowieso erst in den USA vonstatten gehen. Die EU-Kommissarin für Finanzdienstleistungen blablabla forderte jedoch eine gründliche Prüfung des Vorschlags für einen digitalen Euro. Also es regt sich ein bisschen Widerstand. Auf einer Konferenz im September betonte McGuinness, dass eine Entscheidung vor den Wahlen im Juni nicht überstürzt werden sollte. Aber genau das macht man komplett weltweit. Es wird darauf hinauslaufen, auch wenn man das immer so ein bisschen als Datenschutz etc. und sowas abtun will. Ihr wisst ganz genau, meiner Meinung nach ist es komplette Überwachung. Darüber brauchen wir nicht zu diskutieren. Jeder hat dann dieses Konto. Es gibt kein Bargeld mehr. Natürlich besiegt man damit das Schwarzgeld. Aber es sei mal dahingestellt. Schreibt gerne mal eure Meinungen zu den CBDCs unten rein. Es gibt natürlich auch positive Stimmen. Wir hatten es auch schon im Livestream immer mal so ein bisschen Diskussionen gehabt. Ja, einer sagt, ja, ist doch gar nicht so schlimm, dass wir dann im Endeffekt CBDCs haben. Ich sehe das natürlich komplett anders, aber jeder, wie er möchte. Deswegen schreibt gerne mal unten eure Meinungen rein. Dann, auch interessant, Marc Friedrich hat es hier gepostet. Neues Rekordhoch der US-Verschuldung. 33,64 Billionen Dollar ist mittlerweile die USA verschuldet. Irgendwann, oder der Drucker wird sowieso schon früher oder später anlaufen. Wir haben nächstes Jahr Wahlen in den USA. Wir kommen gleich nochmal auf Pole zu sprechen. Wir haben die Krise im Nahen Osten, was auch noch dazu führen wird, dass natürlich immer mehr Schulden im Endeffekt da reinkommen. Aber wenn man sich hier einfach mal ganz kurz diese Grafik anguckt, also exorbitant nach oben. Sie geht immer, immer höher. Sie steigt momentan. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 58 Milliarden Dollar an einem Tag und bis zu 604 Milliarden Dollar in einem Monat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, Deutschland hat Einnahmen teilweise von 700, 800 Milliarden und das verbrauchen die im Endeffekt in einem Monat mit neuen Schulden. Das muss man sich einfach mal im Kopf zergehen lassen. Deswegen wollte ich euch die Grafik hier einfach mal mit reintun. Ich fand es einfach komplett geisteskrank, wie einfach diese Verschuldung exorbitant weiter wächst. Wir hatten dann eben hier, ich sage jetzt mal so von Dezember bis Juni, so eine Stagnation oder sagen wir mal eher Mai. Und seitdem geht es ununterbrochen weiter nach oben. Also interessante Grafik hier, was wir hier zu sehen kriegen. Ansonsten, wie gesagt, gerade spricht Paul oder hat gesprochen, müsste jetzt mittlerweile durch sein. Und im Endeffekt das Wichtigste, was natürlich wieder gesagt wurde, und das habe ich hier mal ganz kurz in der Gruppe ein bisschen zusammengefasst. Einerseits, Paul, die Inflation ist weiterhin zu hoch. Wer ein Trinkspiel draus macht, hier den ersten Shot könnt ihr trinken. Das zweite war dann hier, möglicherweise waren die Zinssätze nicht lange genug hoch. Solche Aussagen meiner Meinung nach jetzt schon zu treffen, weil man ja im Endeffekt schon weiß, und da kann ich euch immer nur das von der CME Group ans Herz legen. Wir haben in 13 Tagen wieder Fett Zinsentscheid. Da wird im Endeffekt ja schon die letzten Wochen immer wieder darüber gesprochen, dass die Zinsen sowieso noch höher bleiben. Das ist eingepriesen. Deswegen hatten diese News oder diese Aussage jetzt erst einmal nicht wirklich negative Sachen für die Börsen, beziehungsweise generell für den Kryptomarkt an sich. Natürlich, wie gesagt, alle gehen davon aus, es wird weiterhin hoch bleiben, die Inflation. Da spricht auch erst einmal nichts dagegen. Aber was wirklich Neues hat er sich im Endeffekt hier nicht ausgedacht. Das Einzige, was lustig war während dieser Rede, es kamen Klimademonstranten auf die Bühne, die da mal ein bisschen kurz Spaß gemacht haben. Ich weiß nicht, ob man sich das im Endeffekt nochmal nachträglich angucken kann. Wahrscheinlich nicht. Ja doch, hier kann man es nochmal ganz kurz reingucken. Es war, wo haben wir es noch ein bisschen zurück? Da kamen dann hier ein paar Leute und haben im Endeffekt einfach das Ding gestürmt und irgendwas mit Klimaprotesten gerufen. Das war das Einzige Interessante im Endeffekt an dieser Rede. Deswegen erspart euch das einfach, das anzugucken. Wie gesagt, das Wichtigste ist, die Inflation ist immer noch viel zu hoch. Der Einsatz war noch ganz, ganz cool. Das muss ich nochmal vorlesen, wo haben wir denn? Kann sein, dass die Wirtschaft weniger von den Zinssätzen betroffen ist. Das heißt, die Wirtschaft ist grundsätzlich stark. Das heißt, man kann auch natürlich die Zinssätze oben lassen. Und wo haben wir es noch? Ich glaube, das war weiter oben nochmal. Wir bewegen uns vorsichtig mit politischen Entscheidungen. Könnt ihr wieder trinken, wenn ihr Bock habt? Und es ist sehr schwer zu wissen, dass die Economy, also die Bevölkerung, gut mit diesen Zinssätzen durchkommt. Klingt absolut absurd meiner Meinung nach, aber im Endeffekt hat er recht. Die Zinssätze haben an sich, so wie wir immer wieder die Newslagen kriegen jede Woche oder die Zahlen in den USA, bisher nicht wirklich negative Sachen da bekommen. Also, wie gesagt, das war so ein bisschen die Zusammenfassung. Nochmal kurz charttechnisch. Wir haben bei Bitcoin, wenn wir mal ganz kurz auf den 1-Stunden-Chart gehen, ein bisschen Volatilität reingekommen, aber eher Bullische. Wir waren in der Spitze auf 28,9. Wenn wir uns mal Goldmarket angucken, weiterhin exorbitant Bullish. Dow Jones, deutliche Korrektur, nachdem wir erst diesen Push hatten, hier auf 33.850 Punkte. Ging es jetzt doch wieder ein bisschen tiefer. Ihr seht schon, ich habe hier Setup momentan ein bisschen angedacht, warten wir aber noch ein bisschen ab. Und auch der S&P 500 momentan zumindest ein bisschen wieder niedriger. Natürlich, wie gesagt, die Aussagen sind nichts wirklich Neues. Trotzdem, wo Paul dann eben gesagt hat, dass die Zinssätze möglicherweise noch ein bisschen länger so bleiben sollten, deswegen jetzt auch aktuell dieses Video, ging es dann doch nochmal ordentlich nach unten. Aber wir befinden uns hier knapp vor dem Support. Also, überstürzen darf man das Ganze nicht. Es sieht alles noch relativ gut aus. Und der Rest, wie gesagt, Newslage, technisch, tut sich derzeit einfach ein bisschen zu wenig. Nicht bis auf, dass eben die neuen ETFs eingereicht wurden, beziehungsweise überarbeitet eingereicht wurden, die USA noch mehr Schulden haben und der digitale Euro voranschaltet. Ansonsten würde ich sagen, war es das wieder für das heutige Update-Video. Ich würde sagen, wir hören uns dann morgen früh mit Bitcoin und XRP. Und ja, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns dann morgen früh wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay tuned.